So, hallo und willkommen zurück zu Just Coast 3. Beim letzten Mal haben wir ja Volture befreit und ich glaube wir wollten dann rüber nach Marseille. Also, dann setzen wir uns da mal ein Waypoint und dann geht's los. Hier könnten wir überfliegen, ja genau, da können wir einen Wegpunkt setzen. Und dann hauen wir rein. Zack. Wie war das? So. So. Und Shift, genau. Und abheben. So. Ein bisschen höher. Im Visier der Obrigkeit. Gut. Hier haben wir ja auch schon alles zerstückelt. Jawohl. Bäh. Ja, geht schneller, ne? 277 ist Schluss. Hier war nix. Nur ein Fischerdorf. Schlecht. Ähm, tja. Bring mal direkt. Ach, das ist befreit. Das ist gut. Was soll man denn noch befreien? Dann vielleicht hier? Gucken wir mal. Ach ja, die Obrigkeit. Ich hab den falschen Ech gezündet. Na, egal. Tschüss, Flieger. Wie das tasten wird, weil ich komme gerade aus Metro Exodus. Da kommt man dann gerne mal mit den Tasten durcheinander. Oh ne, es ist sauber gelandet. Äh, ne. Es geht sauber unter. Ja, okay. Weitere. Kommen wir noch ein bisschen weiter. Beine hoch. Hopp. Ding, 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 ding. Und ab die Post. Nochmal ne Schwung und App. Ich suche nichts. Checken wir nochmal die Karte. Wo muss ich denn hier was befreien? Das Ding ist ja free. Das Ding lässt sich nicht markieren, weil... Toll. Jetzt sind wir am anderen Ende und bringt nichts. Ich denke, dass es vielleicht ein ganz großes Gebiet sein wird. Hopp. Klatsch. Ey. Na, funktioniert gerade nicht so gut. Okay. Vier Kilometer wieder in die andere Richtung. Ja. Guck, ganz schön angestrengt. Ah, so ein bisschen Satz. Hopp. Ah, diese Freiheiten in dem Game, ne? Aber mit Just Cost 4. So konsolenlastig. Und was ich gesehen habe, ich habe mich da mal ein bisschen gespoilert, ist uncool. Dass die immer mehr Konsolen-PC-Mix-Max machen. Weil wir spielen nicht umsonst PC-Games. Das müssen wir noch überlegen. Ich meine, Just Cost geht noch ein bisschen. Also drei. Jo. Läuft. Irres Rumgefliege. Beide Schirm. Ach, falsche Taste mal wieder. Ah. Nein, die offene Welt, die hat einen Mega-Reiz. Alles, da gibt's nix. Hallo, Jet. Hatten wir das auf der Brücke erledigt? Ja, ne? Das war ja wohl True. Richtig? Jupp. Okay. Jo, man sieht's. Unsere Raketenanlagen holen die Jets runter. Fragt sich nur, wie lange. Hopp. Schwingen wir mal wieder da rauf. Oh, können richtig schnell werden. Jetzt sag nicht, das ist wieder ein Dörfchen. Dann hab ich aber die Faxen dicke. Hm. Ist nix. Wow, wow, wow. Hau ab. Boah. Wie gut können die denn bitte zielen? Boah. Kommen sie hier mit Autos. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Kopf hoch. Na, komm, komm, komm. Heide, Witzker. Ja, aber das kann ja nicht der Grund sein hier. Das kleine Ding. Kommst du denn jetzt her? An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Nächste drücke. Ja. Ja. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Okay. Oh, was war denn das denn für grafische Faxen? War ja nicht cool. Ach, halten Sie ab jetzt. Eventuell noch da hoch. Aber vorher könnten wir hier abstechen. Beschleunigen. Abspringen. Na, kriegen wir das Moped überholt? Oh ja. Moped rennen. Hopp. Yes, geschafft. Okay, das war nur ein kleiner Wachposten. Nein? Attachiere Zielpersonen. Alle Einheiten hierher. Ach, das war die Granate. Nicht G, B, äh, F. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Kommst du hier raus? Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sich Kontakt wiederherstellen. Haben wir das? Oh, der schmeißt mit Bomben. Nein. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Ach, da kommen sie wieder. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Moin, Fläfer. Eine Elite-Einheit ist unterwegs zu eurer Position. Na, das ist nicht so geil. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Wow. Wow. Ist das schon alles, was ihr drauf habt? Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Okay. Aber hier ist auch nicht wirklich was. Das ist mein Problem. Kann ich den Kaper? Ne, der ist schon gesprengt. Ach, komm hier. Steig da ein. Und ab die Post. So. Karte. Neues Ziel. Okay. Ach, ab durch die Botanik. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Tuhuhuhu. Geht da ab? Okay, die schießen mir Sprengladung nicht her. Entsendung von Elite-Einheiten autorisiert. Höp, höp. Ich bin sowas von bereit. Ich will hier raus. Oh nein, 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 nein. Nicht sterbseln. Wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Rein da. Achtung, wir schicken Panzer zu eurer Position. Panzer sind unterwegs zu eurer Position. Hier ist ja der Panzer. Hier Zentrale. Panzer sind unterwegs. Na also, weg hier. Äh, 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 nicht. Ich will zuerst schießen. Okay. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Achtung, wir schicken Panzer ins Kampfgebiet. Komm, komm. Oh nein. Das ging nach hinten los. Äh, wo bin ich jetzt? Okay, mein Wegpunkt ist noch aktuell. Das ist gut. Vielleicht schaue ich es ja von hier aus. Joa. Komm schon. So, wir wollten darüber, ne? Querfeldein ist besser. Das ist der verrückte Zug. Und, hepp. Gleich muss ich auf dem Fallschirm wechseln. So. Hepp. Komm schon. Und zack. Wie ist da jetzt was zum Befreien? Das ist total komisch hier. Weil es ist ländlich, klar. Und. Ich bleib im Busch hängen. Ne. Jetzt geht's auf die Mappe. Schöne Landung. Kann man nicht viel sagen. Wo ist die Brücke von vorhin? Das war schon die Knarre über Anschlag, der Johnny. Ja, hier ist nix. Ist wieder nichts. Oh, verdammig. Komm ich weiter nach hier, beziehungsweise da. Was ein wahnsinniges Gesuche heute. Eps. Aber irgendwann müssen wir das ja suchen, ne? Und ab die Post. Juhu. Bei den ganzen Bäumen. Hier krisselt nichts. Alles schön klar. Und da ist das Erste. Da ist unser erstes Ziel. So. Genau. Können wir mal hier runter? Joa. Ah. Da unten war noch ein Generator. Super. Erledigt. Ah ja. Hier gibt's irgendwo Waffen. Wie ist euer Status? Bitte komm. Verdammt. Oh ja, schön mit Waffen eindecken. Genial. Zack. Da sind wir da rüber. Da sind wir da rüber. ab durch den Busch. Boah. Da kann ich nicht einloggen. Doch. Aufs Getriebe, genau. Aufs Getriebe, genau. Ich hab'n feindliches Fahrzeug zerstört. Weiß ich ja gar nix von. Hopp. Komm, 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 komm. Da ist doch was. Erzählt mir doch nix. Läuft. Der hat die Fresse wieder aufgerissen. Feinkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Wird's. Wart ja schon fast, ne? Nicht so viel los. Hier fangen. Du auch. Wir haben ihn verloren. Zurück auf eure Posten. Keine Granaten mehr. Wo wir uns hier halt Nachschub. Genau. Da rein, ne? Warum nicht? Warte mal. Ne, geht nicht. Okay. Versuch was wert. Bitte komm. Wie ist die Lage? Nix gibt's hier mehr. Hab'n ihn verloren. Bitte kommen. Den nehmen wir. Boom. Dann packen wir uns den. Hängen den da dran. Okay. Türmchen weg. Hier ist auch nix. Ja, dann gucken wir noch da. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Ich glaube eher, das gehört zu einer Mission oder so. Hopp. Wieder eindecken. Nix. Nala. Das ist echt schlecht. Da ist aber noch was. Hüpf. Na, so hoch. Durch den Busch. Na, das wird zu eng. Okay. Okay. Wieder nur diese kleinen Dörfchen. Was ist denn hier los? Eschnisch, witzisch. Hm. Gebiet erstreckt sich ganz schön, ne? Oh, hier alles befreit. Boch frei. Flugfeld konnten wir noch nicht. Hier verstehe ich das nicht. Na ja. Da hinten waren wir. Ja, dann sage ich an der Stelle mal, danke fürs Zusehen. Sorry, aber ist nicht so einfach. Aber hier ist zum Beispiel viel. Da werden wir in der nächsten Folge einfach hin flattern. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.